Willkommen zur zweiten Frühlingsrunde. Die Milchsternchen sind gekommen. Auch die Narzissen sind schon da. Oh, ich sehe gerade. Die Schlüsselblumen sind jetzt auch da. Die Traubenhöhezinken und hier ein paar Wildtulpen und im Hintergrund ein Blausternchen, wieder Milchstern, Löwenzahn, Kornelkirsche und hier wieder Narzissen. Blausternchen und hier Wildtulpen und auch hier nochmal zwei Wildtulpen bzw. drei. Die dritte ist etwas angefressen. Noch mal ein Schwenk von der Seite. Ja, und was jetzt ansteht, ist die Beseitigung der Reste vom letzten Jahr. Dass das hier nicht den Boden düngt. Ich habe das über den Winter stehen lassen, falls Insekten in den Stängeln überwintern wollen. Aber jetzt ist so langsam warm genug, dass die da auch wieder raus sein müssten und ich werde es dann schön auf dem Haufen zusammentragen. Das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. So Du Vielen Dank.